US-Rapper Snoop Dogg hat uns wohl alle Hops genommen. Vor einigen Tagen gab es die Schocknachricht. Snoop möchte nie wieder irgendwelche Substanzen zu sich nehmen. Ganz besonders betont er, dass er aufhören wird zu rauchen. Was? Alle Fans kennen ihn seit Jahren nur damit. Er ist praktisch dafür bekannt, immer high zu sein und glasige rote Augen zu haben. Damit soll nun Schluss sein? Ja, tatsächlich. Für ein paar Tage hat er auch das Zeug nicht mehr angefasst. Jetzt aber macht er einen Rückzieher. Denn im neuesten Video lacht er uns alle aus, die geglaubt haben, dass er wirklich damit aufhören wird. Denn alles war scheinbar nur ein Marketing-Trick, um ein neues Produkt vorzustellen. Weniger rauchen, dafür aber mehr Feuer. Zum Beispiel beim Lagerfeuer. Die Frage bleibt jetzt trotzdem offen, ob er wirklich aufgehört hat oder das nur gesagt hat, um diese Werbung für diesen Hersteller zu machen. I know what you're thinking. Snoop, smoke is kind of your whole thing. But I'm done with it. Done with the coughing and my clothes smelling all sticky-icky. I'm going smokeless. Solo stole Fix 5. They took out the smoke. Ich nehme- Ich spreche. Ich bin sogar Pokemon bei der Schradendoad. Ich habe dich, From username und mit dem Geschroặp. Ich habe mich wieder aufget played. Untertitelung des ZDF, 2020